Das Licht flackerte im heruntergekommenen Motelzimmer, das am Rande von Alamogordo lag, einer kleinen Stadt im mittleren Westen der USA. Die verblassten Siebzigerjahre-Tapeten hingen in Fetzen von den Wänden und der Teppich war mehr als abgenutzt. Der Raum roch nach abgestandenem Zigarettenrauch. In seiner Mitte stand ein wackeliger Tisch, an dem zwei Personen saßen. Eine dritte lehnte an der Wand. »Konntest du uns kein besseres Apartment besorgen?«, fragte Sarah und lehnte sich in dem wackeligen Holzstuhl zurück. Sie verschränkte die Arme vor der Brust und musterte Ling, die gerade in Recherchen an ihrem alten Apple Power Book vertieft war. Die Narben an Sarahs Körper erzählten von einem Leben voller Kämpfe. Ein paar fehlende Zähne und ihre geschundenen Faustknöchel unterstrichen dies nur. »Hier ist es genau wie in Reno«, knurrte Mark, der an der Wand lehnte. »Ich hoffe, es endet nicht auch so.« Seine Augen scannten den Raum unaufhörlich, als hätte er in seinem Leben gelernt, seiner peripheren Wahrnehmung nicht zu vertrauen und erst beruhigt zu sein, wenn er die Schatten und Ecken um ihn herum im Fokus hatte. Mark trug seine alte Armeejacke, die er nach seiner Zeit in der Marine Expeditionary Unit hatte mitgehen lassen und hielt seine rechte Hand auf dem Griff seines treuen K-Bar-Messers, das am Gürtel steckte. Ling, die Sarah gegenüber am Laptop arbeitete, hatte vor Schlaflosigkeit so viele geplatzte Äderchen in den Augen, dass diese komplett gerötet schienen. »Ich habe etwas gefunden«, flüsterte sie kaum hörbar. Ihre Strickjacke mit den Ellenbogenpatches und die zerkratzte Vollrandbrille gaben ihr das Aussehen einer Bloggerin. Ihre Entschlossenheit strahlte jedoch nicht die entsprechende Lebenslust, sondern eine existenzielle Verbissenheit aus, die nichts weniger als den dunkelsten Rache-Gelüsten zu entspringen schien. Sarah stöhnte. »Das ist doch nicht wieder so eine deiner Theorien, oder? Wir verschimmeln hier seit Wochen wegen dieser Vision von dir.« Ling ignorierte den Kommentar und drehte den Laptop so, dass die anderen das Video sehen konnten. Es war von einer verrauschten Sicherheitskamera aufgenommen, aber man konnte eine Gestalt zwischen Mülltonnen erkennen, humanoid und mit gebeugter Haltung. Plötzlich stürzte sie sich auf zwei Ratten und begann, sie zu fressen. Dann schaute die Gestalt auf, als ob sie befürchtete, gesehen worden zu sein, und verschwand. In der Aufnahme wirkte es, als ob kurz darauf die Straße weiter unten sich ein Gullideckel bewegte. »Wir haben es«, fügte Ling hinzu. »Das ist von gestern Nacht hier an der Mountain View Church. Ich habe aber ehrlich gesagt noch nie einen Walker gesehen, der so schnell ist.« Sarahs Augen verengten sich. »Das ist was anderes, Kleine. Wir sind hier, glaube ich, das erste Mal einem Stalker auf der Spur.« Mark trat näher und beugte sich über den Laptop. »Walker. Stalker. Monster ist Monster.« »Wenn das Ding sich in die Kanalisation zurückgezogen hat, müssen wir es dort suchen und erledigen, bevor es noch mehr Schaden anrichten kann.« Die Erkenntnis, dass sie nach drei Wochen in Alamogordo ihren ersten stichhaltigen Hinweis hatten, führte nicht zum erwarteten Enthusiasmus. Vielmehr breitete sich eine Stille aus, die nur vom rhythmischen Quietschen des Bettes im Nachbarzimmer unterbrochen wurde. »Wenn es kein Walker ist, dann interessiert es mich nicht. Ich will meine Neinei rächen und nicht die Heldin spielen.« Sarah schaute überrascht auf. »Wir haben die Macht, etwas zu verändern.« Mark nickte langsam. »Deine Großmutter lag bereits im Grab, als sie gefressen wurde, aber da draußen ist eine Stadt voller Lebender in Gefahr.« Sarah und Ling warfen ihm scharfe Blicke zu, sodass Mark verstand, dass seine Worte wie so oft gut gemeint, aber völlig unsensibel waren. Plötzlich klopfte es an der Tür zum Motelzimmer. Mark sprang hinter diese, sein K-Bar erhoben. Sarah zog ihre Glock 17 und zielte im Wechsel auf die beiden Fenster des Apartments. Mark nickte zu Ling, die ihn mit einem widerwilligen Blick anstarrte. Dann nickte er noch einmal zur Tür. Sie bewegte sich vorsichtig dahin und schaute durch den Spion. Draußen stand ein älterer Mann mit zerfurchtem Gesicht und grauem Bart. Hinter seinem Rücken ragte der Griff einer Machete hervor. Seine Augen waren deutlich vom grauen Star getrübt. Es war Jacob, ein ehemaliger Jäger und Sarahs Mentor. Ling öffnete die Tür und er trat ein. Er trug eine alte Sporttasche, die nicht weniger offensichtlich hätte mit Waffen gefüllt sein können. Hier ist eure Bestellung, sagte er und lächelte erschöpft. Wieso hat das so lange gedauert? Sarahs Stimme war eine Mischung aus Überraschung und Erleichterung, während sie die Pistole wieder ins Schulterholster steckte. Jacob trat näher und legte die Tasche auf das Bett. Er hörte sich die neuesten Informationen der Gruppe an und erklärte ihnen, was er über Stalker wusste und die Schwächen, die sie für ihre Jagd ausnutzen sollten. Seine Anwesenheit gab ihnen kurzzeitig neue Hoffnung. »Denk an das, was ich dir immer sage. Die Monster wollen euch trennen«, wandte er sich an Sarah. »Schaffen Sie es, seid ihr verloren«. Er blickte ihr tief in die Augen, wie ein Vater, der Angst hat, seine Tochter das letzte Mal gesehen zu haben. Dann zog er die Machete aus dem Rückenhalfter und reichte sie ihr. Sarah packte ihren Griff. Sie hielt sie erstaunt hoch. Ihr Antlitz spiegelte sich auf der gepflegten, ölig glänzenden Klinge. Sie schenkte Jacob ein entschlossenes Lächeln und schaute dann zu ihren Mitstreitern. »Erledigen wir das, für die, die wir lieben, und für diese Stadt.« Marc, der nach Jakobs Eintritt die Tür wieder verriegelt hatte und während des Gesprächs stets zwei Schritte hinter ihm blieb, verzog die Mundwinkel. »Lasst uns dieses Ungeziefer jagen und in die Hölle zurückschicken«, Ling hob den Kopf, ihre Stimme zitterte vor unterdrückten Emotionen. »Für, nein, nein«, flüsterte sie, die Worte wie ein neues Gelübde auf ihrem persönlichen Pfad der Buße. Es war die darauf folgende Nacht. Sarah und Marc standen vor der Mountain View Church, die spärlich beleuchtet und von Schatten umhüllt war. Der Mond hing wie ein einsamer Wächter am Himmel und tauchte die Szene in ein gespenstisches Licht. Die Kälte der Wüstennacht von Alamogordo kroch langsam durch ihre Kleidung. »Wo bleibt Ling?«, fragte Sarah ungeduldig und schaute zum wiederholten Male auf ihre Uhr. Ihr Atem war sichtbar in der kühlen Luft. Marc, der mit verschränkten Armen und grimmigem Gesicht neben ihr stand, nickte. Er trug seine volle Prepper-Ausrüstung und schaute die Straße auf und ab. Die Minuten schienen sich in die Länge zu ziehen, bis schließlich Links-Silhouette in der Ferne auftauchte. Sie kam angerannt und als sie außer Atem und mit weit aufgerissenen Augen vor den beiden ankam, keuchte sie. Dann holte sie einige Male tief Luft. »Tut mir leid, dass ich zu spät bin.« »Ich war heute in der Kirche und der Pastor hat mich zu seiner Familie eingeladen.« »Wir haben bis eben gequatscht. Ich wollte Informationen, ob es Vorfälle in der Gemeinde gab.« Sarahs Blick wurde weicher, aber ihre Stimme blieb scharf. »Und? Irgendwas Interessantes?« Ling schüttelte den Kopf. »Nur Smalltalk.« »Die haben ihre Kinder dann zu Bett gebracht und ich wollte mit den spannenden Themen anfangen.« Und plötzlich standen unter so einer heiligen Statue auf dem Kaminsims die Worte »Dieser Hirte dient dem Wolf.« Als ich genauer hinsah, stand da wieder irgendein lateinischer Spruch. Ab da habe ich jedenfalls nur noch freundlich genickt, bis ich Gelegenheit hatte, mich zu entschuldigen. Sarah legte ihre Hand auf Links Schulter. »Solche Botschaften bekommen wir viel zu selten«, sagte sie ernst. »Gut, dass du nichts gesagt hast. Das hätte uns sicher verraten.« Marks Gesichtszüge entspannten sich leicht. »Jetzt ist nicht die Zeit für Priester, sondern Blutsauger.« Sarah nickte entschlossen. »Wir kümmern uns später um diesen Hirten.« Sie vergewisserte sich, dass keiner in der Nähe war, zog eine Brechstange aus ihrem Rucksack und ging zum Gullideckel. »Los geht's«, Ling und Mark sahen sich an und nickten. Sie hoben gemeinsam den schweren Deckel an und stiegen in die Dunkelheit hinab. Sarah als Erste, dann Ling und mit einem für Mark ungewohnten Zögern, auch er. Sarah hielt die einzige Taschenlampe und ging voran. Trotzdem schlug ihnen Dunkelheit in der nächtlichen Kanalisation entgegen wie eine physische Präsenz, feucht und stickig. Das modrige Wasser platschte unter ihren Füßen, während sie sich durch die engen, labyrinthartigen Gänge vorantasteten. Die Luft war erfüllt von einem Geruch der Verwesung. »Bleibt nah beieinander«, flüsterte Sarah. Hinter ihr folgten Ling und Mark. Ihr flackerndes Licht schwenkte über die alten, mit bröckelndem Putz bedeckten Wände. Die Geräusche ihrer Schritte und das unappetitliche Platschen von Wasser waren das Einzige, was die beklemmende Stille durchbrach. So gingen sie stundenlang durch die dunklen Gänge. Jeder Schritt fühlte sich an, als würde er sie weiter in eine andere Welt führen, fernab von der Realität, die sie kannten. Nach einer gefühlten Ewigkeit fragte Ling Sarah, »Weißt du, wo wir sind?« Sarah entgegnete, »Nicht mehr. Wir müssen beim nächsten Gullideckel raus und uns orientieren. Vielleicht sogar für heute Schluss machen.« Plötzlich erstarrte sie, ihre Augen weit aufgerissen. Ihre Taschenlampe und die Glock fielen aus ihren Händen und tauchten ins brackige Wasser. Ling und Mark waren irritiert. »Sarah«, rief Ling und konzentrierte scharf ihre Sinne auf die Dunkelheit und durchdrang das, was dahinter liegen mochte, während Mark hastig versuchte, die Taschenlampe herauszufischen. Gerade als Mark das dimme Licht ergriffen hatte, erschien vor ihm eine verweste Gestalt. Die Kreatur war bei Marks erschrockenem Blick unsicher, ob er sie wirklich sehen konnte. Mark nutzte den Moment, packte seine Remington und feuerte. Der ohrenbetäubende Knall hallte durch die engen Tunnel, begleitet von einem unnatürlichen Fauchen der Kreatur. Diese verschwand so schnell im Dunkeln, wie sie daraus erschien. Ein Moment des Schocks und der Stille folgte, nur unterbrochen vom Fiepen in den Ohren der Beteiligten. »Sarah, wach auf! Wir brauchen dich!«, rief Ling panisch und stellte sich vor sie. Plötzlich hörte Mark ein Platschen hinter sich. Er drehte sich um, zielte hektisch mit seiner Waffe. Ling bleibt bei Sarah, und er ging vorsichtig ein paar Schritte in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Doch bevor Ling ihn bitten konnte, bei ihr zu bleiben, wurde sie von etwas mit unheimlicher Kraft und Geschwindigkeit in die Dunkelheit gezerrt. Ihr Schrei hallte durch die Kanalisation und verstummte abrupt. Mark rannte hinterher, rief immer wieder ihren Namen, doch keine Antwort. Erst als er tiefer im Tunnel stand, realisierte er, dass er jetzt völlig allein war. Der Lichtkegel der Taschenlampe zitterte, und Marks Trauma begann erneut, die Wirklichkeit zu überlagern. Seine Augen starrten ins Nichts, und plötzlich war er wieder in den Tunneln von Takzur, Afghanistan. Seine Einheit ist auf einer Mission, um Shafak, einen Warlord der Taliban, in den Tunneln zu lokalisieren und eliminieren. Die Dorfbewohner am Fuße des Kashmirak hatten sie gewarnt, dass dort keine Taliban sind, weil ein Djinn in diesen Tunneln lebt. Marks Squad Leader Bill McKenzie, den sie in der Einheit wegen seiner Frisur nur Mr. T nennen, hatte diese abergläubische Warnung ignoriert. Die 45th Marine Expeditionary Unit besteht aus dem Sanitäter Leo, den beiden Rifleman Anderson und Kenny, dem Squad Leader Mr. T und Mark, dem Funker der 45. Alle steigen sie gerade in die Höhle herab und kriechen Beuchlings durch enge Passagen, die Rucksäcke voran. Es ist nicht ihr erster Tunnel, daher überrascht sie etwas, wie krude er gehauen ist. Das muss irgendwas Historisches sein, das die Taliban hier reaktiviert haben. Nach einiger Zeit kommen sie in eine natürliche Halle, eine Kaverne. Die Wände sind mit hübschen roten Malereien von Naturszenerien bedeckt, viel zu artistisch für Höhlenmenschen. Die Soldaten bestaunen sie eine Weile. Einige der Marines geben Ausrufe von Begeisterung, untermalt mit Profanitäten von sich. Dann beginnt der Albtraum. Erneut. Die Schatten scheinen sich zu bewegen, ohne dass sich die Lichtkegel der Taschenlampen rühren. Als hätten sie ein Eigenleben. Dem Squad Leader wird die Sache zu unheimlich und er befiehlt, die Lichter auf den Boden zu richten. Doch es ist zu spät. Einzelne Schatten lösen sich wie Tentakel von den Wänden und fallen auf die Einheit herab. Innerhalb weniger Sekunden umschlingen sie Marks Kameraden und bilden einen Dom der Dunkelheit mitten in der Kaverne. Mark stand in der Kanalisation von Alamogordo und schrie ihren Namen heraus. Dann ist er wieder in Taktsur vor einer schwarzen Kuppel der Stille, die das Licht seiner an der M16 montierten Lampe in keiner Form reflektiert. Endlich tritt eine Person aus ihr hervor. Sie trägt traditionelle afghanische Kleidung und ist blutverschmiert. Mark hebt sein Gewehr und schreit aggressiv. Wo sind meine Kameraden? Der Mann antwortet trotz der Drohung ruhig auf Pashtu. Seine soprane Stimme vermittelt Mark, dass er ein Freund ist, bis er ein Wort spricht, das Mark versteht. Flieh! Mark rennt los, lässt seine Kameraden zurück und läuft um sein eigenes Leben. Dann brach er in der Kanalisation von Alamogordo in Tränen aus, voll von der Angst, die ihn nie wirklich verließ. Er kehrte zurück zu Sarah, die langsam begann, sich aus ihrer Schockstarre zu lösen. Sarah, wir müssen hier raus, sagte er und schüttelte sie. Sie kam nun zu sich. Muss ich dich tragen? Fragte Mark und wollte sich gerade unter ihren Arm stützen, als Sarah etwas heranbrechen sah und aufschrie. Im Bruchteil einer Sekunde bildete sich um Mark ein leuchtender Halo, auf den sich eine mächtige schwarze Kralle herabsenkte. Am Kopf getroffen rettete ihn das Licht davor, enthauptet zu werden. Doch wurde er hart gegen Sarah geworfen und beide landeten weiter hinten im Brackwasser. Mark drehte sich schnell um, griff nun nach seinem AR-15 und hielt es in die Dunkelheit. Ein Gedanke durchlief ihn immer wieder. Ich muss meine Sünde vergelten. Ich muss meine Sünde vergelten. Er und Sarah standen auf und Mark schaltete den 10 Watt LED-Strahler unter seinem automatischen Gewehr ein. Plötzlich erschien eine grässlich verweste Fratze zu seiner linken und befahl, Flieh! in einer kratzigen Stimme. Mark spürte, wie sein eigener Wille zu einem Echo dieses Kommandos wurde und sich aus einer Intention eine Aktion entwickeln wollte. Dann erleuchtete eine glühende Klinge den Tunneltag hell. Die Kreatur stolperte fauchend zurück, während sich auf ihren Körper eine brennende Machete senkte. Mark fing sich wieder und trat zurück, als Sarah wie ein Racheengel diese jaulende Ausgeburt der Dunkelheit mit wilden Hieben ihr Unleben versagte. Als die animalischen Schmerzensschreie verstummten, erkannte sie, dass es vorbei war. Sie und Mark standen nur da und starrten auf die nach Verwesung stinkenden Stücke. Mark überkam erneut ein unkontrolliertes Zittern. Wenn Sarah nicht gewesen wäre, dann... Er wollte den Gedanken nicht zu Ende denken. Stattdessen legte er seinen Rucksack ab und zog eine Butangas-Nachfülldose hervor, die er über die feuchten Reste des Monsters versprühte. Dann zündete er ein Streichholz an und hielt es nachdenklich über diese Geißel von Alamo Gordo. Sarah trat einen Schritt weiter weg. Mark sagte nur, zurück in die Dunkelheit und ließ es fallen. Dann gingen sie weiter. Das Monster brennt erstaunlich gut, sagte Mark. Sie brennen immer gut, antwortete Sarah und hob ihre Glock auf. Gemeinsam machten sie sich auf die Suche nach Ling. In etwa 20 Metern Entfernung erkannten sie im Licht beider Lampen jemanden liegen. Sarah lief hin und blieb kurz davor erschrocken stehen. Ling war vollkommen bleich. Ihr Mund blutverschmiert. Sarah schrie und versuchte verzweifelt, Ling zu wecken. Dann brach sie in Tränen aus. Ihre Schultern bebten vor Schluchzen. Mark stand starr daneben, seine Augen weit aufgerissen. Ich war doch hier. Ich hätte sie sehen müssen, flüsterte er. Mehr zu sich selbst als zu jemand anderem. Eine Welle des einzigen Gefühls, das er zu spüren noch imstande war, überrollte ihn. Schuld. Sie grub sich tief in seine Seele. Sarah, für die dies eine nicht minder dunkle Stunde war, entging Marks Zustand nicht. Gemeinsam hoben sie Links leblosen Körper und trugen ihn zur Leiter des nächsten Gullis. Jeder Schritt schien die beiden weiter in eine persönliche Hölle zu ziehen. Aber sie mussten weiter. Was machen wir jetzt? Fragte Mark in einem heiseren Flüstern, als sie aus der Kanalisation herauskamen und Ling tragend ziellos die Straße weitergingen. Begraben, antwortete Sarah, die irgendwie nicht mehr im Hier und Jetzt zu sein schien. Sie ließen die Lichter der Kleinstadt hinter sich und trugen Links leblosen Körper weit in Richtung des Gebirges im Osten. Die Dunkelheit umhüllte sie, während sie über den kargen Boden stolperten. Als das Zwielicht den baldigen Morgen ankündigte, ließen sie Ling sanft zu Boden. Mark öffnete seinen Armeerucksack und kramte einen Spatel hervor. Dann begann er zu graben. Sarah setzte sich neben Ling, legte ihren Kopf auf ihren Schoß und streichelte zärtlich über ihr Haar. Die Sonne zeigte sich langsam hinter dem Alamo Peak und warf erste lange Schatten über die Landschaft. Mark grub weiter. Seine Bewegungen wurden mechanisch, als ob er versuchte, die Schuld mit jedem Stich zu verstummen. Sarahs Blick wanderte immer wieder zu Links Gesicht. Gute Nacht, meine Judy. Entglitt Gedanken verloren ihren Lippen. Dann bemerkte sie, dass Links Haut einen leichten Dunst von sich gab und ein Geruch von verbranntem Fleisch stieg ihr in die Nase. Je höher die Sonne hinter den Bergen hervorstieg, desto penetranter wurde der Geruch. Sarah ahnte Schlimmes, doch verdrängte sie ihre Vermutung. Sie wollte Mark nicht noch mehr belasten. Dieser drehte sich schließlich um. Schweiß ran ihm über das Gesicht. Wir können, sagte er und seine Stimme war rau vor Erschöpfung. Sarah zog Ling den Rucksack mit dem Powerbook und anderen Gegenständen aus, welche nicht in die falschen Hände geraten durften. Dann hob sie Ling hoch, stieg mit ihr in das Grab und senkte sie behutsam herab, während Mark seine Campingflasche über seinen geöffneten Mund hielt und den letzten Tropfen herausschüttelte. Er beobachtete erleichtert, wie Sarah begann, die Erde über Ling zu schaufeln. Mark setzte sich hin. Danke, sagte er, während sein Blick auf einem vorbeikrabbelnden Skorpion lag. Für was? fragte Sarah, ohne das Schaufeln zu unterbrechen. Dass du mir eben den Arsch gerettet hast. Nicht dafür, antwortete sie kurz und bündig. Dann schaute sie auf das noch freiliegende Gesicht von Ling und fügte hinzu. Ich lasse niemanden aus meinem Team sterben. Mark sah verwirrt zu Sarah auf und erkannte etwas in ihrem Gesicht, das er vorher noch nie bei ihr gesehen hatte. Eine Art dunkler Hoffnung, eine Entschlossenheit, die tiefer ging als alles, was er bisher von ihr kannte. Sarahs Hände bewegten sich weiter. Erde fiel auf Linkskopf, während die noch flach stehende Sonne die wenigen Wolken dieses jungen Tages in ein blutiges Rot tauchte. Sarah schaufelte weiter, bis das Grab vollständig gefüllt war. Dann blieb sie stehen, den Spatel noch in der Hand und starrte auf die frisch aufgeworfene Erde. Mark setzte sich auf und stellte sich schweigend neben sie. Die Stille um sie herum wurde nur vom leisen Säuseln eines frischen Windes unterbrochen. Dann kniete sich Sarah nieder, ließ eine Handvoll Sand durch ihre Finger rieseln und sprach leise. Sie sagte einmal, dass ihre Nai Nai ihr beibrachte, dass die Seelen unserer Lieben uns nie wirklich verlassen. Mark schluckte schwer und schaute in Richtung Westen zu den fernen Lichtern der Stadt. Dieser Priester. Ich werde nach Alamogordo zurückgehen, sagte er schließlich. Sarah erhob sich langsam, sah Mark tief in die Augen. Ich muss zurück nach San Fernando, eine Auszeit nehmen. Mark trat einen Schritt zurück, seine Schultern gestrafft. Dann war es das, sagte er mit aufgesetztem Lächeln. Ein kurzer Moment des Schweigens, in dem ihre Blicke ineinander ruten. Dann lächelte Sarah schwach. Unser Weg mag sich trennen, aber unser Ziel bleibt dasselbe. Mark nickte und ohne ein weiteres Wort hob sie links Rucksack auf, wandte sich ab und ging zur fernen Bundesstraße in Richtung Norden. Beide wussten, dass die größte Schlacht noch vor ihnen lag. Die gegen ihre eigenen Dämonen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie hörten das Fan-Hörbuch Jäger der Schatten Alamogordo, basierend auf dem Pen-and-Paper-Rollenspiel Jäger die Vergeltung bzw. Hunter the Reckoning. Die Rechte an Hunter the Reckoning liegen bei Paradox Interactive und Ulysses Spiele. Dieses Hörspiel ist wie gesagt ein Fan-Projekt und nicht offiziell von den Rechteinhabern lizenziert oder genehmigt. Alle Charaktere, Ereignisse und Namen sind natürlich fiktiv. Jegliche Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Personen, lebend oder tot, sind rein zufällig.